So, wir gehen jetzt mal hier in den Dark Souls Screen. Und wer das Spiel nicht kennt, das Spiel ist unter anderem sehr, sehr, sehr bekannt für den hohen Schwierigkeitsgrad. Und ich bin der komplette Kacknob. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich habe. Drei Stunden vielleicht? Und das war echt schon ein erschwerlicher Weg, um hierher zu gelangen. Und jetzt sind wir beim ersten Boss. Versuch's mit hinten. Diese Kommentare, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich will gar nicht nach vorne stürmen. Ist das ein Leiter? Das heißt, wir können da hoch. Okay, also wir haben zwar irgendwie flüchten müssen oder sowas. Ich sehe schon aus, wie so ein Monster sich gekillt hat mit dem ganzen Kettenhemdding da. Okay. Ich weiß gar nicht, was für eine Kreatur jetzt auf uns zukommt. Was war das? What the fuck? Und hier oben? Moment, 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 Moment. Wir lunsen mal. Jetzt kann ich sein, dass ich den Bosskampf habe und währenddessen noch attackiert werde. Ja, hier oben ist es. Ach, zwei sogar. Okay, ihr seht, ich bin mit einem Speer ausgerüstet. Das durch diesen Speer habe ich überhaupt nicht hierher geschafft. Das ist ja so, dass erfahrene Dark Souls-Spieler, die das Spiel schon zehnmal durchgespielt haben, einen riesigen Spaß daran haben, anderen zuzusehen, wie sie das Ganze entdecken. Okay, wie gesagt, soll ich? Der erste Versuch wird auf jeden Fall heftig verkackt. Also richtig heftig. Aber die Kreatur ist noch nicht aufgetaucht. Versuch mit dem Sturz angreifen. Ah, okay, ich verstehe. Wir können da hoch und dann runterspringen auf das Vieh. Schwäche im Sturz angreifen. Soll ich, ist da noch eine Tür, durch die ich durch soll, oder? Also, ah, okay, 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 ich verstehe. Okay, 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 oh Gott, die Musik, nee, das mache ich jetzt schon fertig. Das machen wir jetzt schon fertig. Sieht so laut, ich glaube schon. Oh, scheiße. Ah, 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 ah. Warte, kurz, 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 kurz. Ui, 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 so. Bisschen leiser gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ne, jetzt habe ich reingeschissen, glaube ich, jetzt ist das Ende. Okay, ich gehe nochmal hoch. Lass mich in Ruhe, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Boah, hätte mich das geholt, wäre ich wahrscheinlich heftig am Arsch. So. Hey. Nice. Okay, okay, nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich bin so überfordert. Das hat uns getroffen, glaube ich, oder Fallschaden hat uns zugesetzt. Oder warum haben wir weniger Leben? Okay, Moment. Wie greife ich jetzt an? So. Nein. So viel zum ersten Versuch. Das Problem ist, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt von hier bis dahin zu gelangen. Ich glaube, wir können keinen Sturzangriff mit dem Speer machen, kann das sein? Okay, Moment, neuer Plan. Ich könnte jetzt versuchen, auch wenn das... Na, ich könnte es versuchen. Vielleicht einfach durchzurennen. Ja, damit zuschlägt einfach. Ach, herrlich. Okay, okay, okay. Wisst ihr was? Wir starten das hier nochmal neu. Die sind wahrscheinlich von der Brücke da gekommen. Okay. Okay, 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 okay. Ist auch solch, ne? Das ist so eine Katastrophe. Das ist jetzt schon eine Katastrophe. Nach sieben Minuten. Jetzt ist mein Plan, einfach durchzurennen. Okay, ich glaube, das ist eine scheiße Idee. Ich weiß gar nicht genau, wo es lang geht. Tschüss. Okay, warte. Hier lang? Hier lang? Ich sehe nicht so viel wegen der Zerfboxen. Ja. So, Moment. Dann geht es hier lang. So. Ja. Ja. Warte, und dann hier hoch. Okay. Das ist gar nicht so weit. So schlimm ist es gar nicht. Okay, wir haben es fast. Und dann können wir gegen den Antreten mit mehr Leben. Das ist perfekt. Okay. Puh. Das war doch nicht schlecht. Okay. Wir wissen jetzt mehr. Wir wissen jetzt mehr. Und wir können uns erstmal den Halunken von da oben schnappen. Oder die Halunken. Halunken ist ein super Wort. So. Und dann haben wir sicher. Aua. Alter. Das, mein Freund. Das ist Dark Souls. Jetzt. Wo die da oben nehme ich noch den Speer. Das ist nur unsere Seelen. Super. Oh Mann. So eine Katastrophe. So. Okay. Kommt her, Freunde. kommt her kommt her kommt her kommt her und dann haben wir den gleichen haus sah das gerade ist du kannst mit dem schwer zwei durcheinander schlagen gg an visieren folgen der super rinne hast du ganz zwei durcheinander machen ich habe das gefühl bekommt natürlich sogar so ein damage boost aber weiß ich nicht genau aber das kursiert also gut die waren schon bald ein bisschen geschlagen aber ich glaube da gibt es so einen kleinen damage boost wenn du durcheinander die tötest das ist auf jeden fall cool an dem ding so jetzt werde ich auf das schwert zurückgreifen und mal schauen ob wir die schwert die sturzattacke besser mit dem schwert vollführen können was ich erstmal auswählen müsste so das banditenmesser oder kurzschwert kurzschwert macht mehr schaden hör warte mal ich glaube ich habe noch mal hier krummsebe genau so nehmen wir mit zwei händen dann schauen wir mal nach unserem kollegen hier taurus heißt eine taurus dämon da oben ist jetzt kommt die furcht der regner musik 321 ok da oben ist gekleent wir haben fast volles leben ich sehe potenzial leute ich sehe potenzial oder da liegt der seele so und dann bekomme ich ihn und sehr gut sieht den schaden sieht den schaden kann man das jetzt aber noch mal oder ach ich habe dann markiert ist aber ich habe keinen schaden bekommen das hat schon okay okay wir sind hier gerade in der guten lage deshalb verglichen uns mal hier hoch das ist kein schaden gegeben markiert und konnte ja das hat schaden gemacht das richtig schaden gemacht scheiße macht das schaden oh jejeje Jetzt rennen wir, jetzt rennen wir, jetzt rennen wir. Tschüss, 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 tschüss. Wir rollen auch noch mal ein paar Mal. So, tschüss, tschüss, tschüss. Wunderschön. Okay, er hat uns nicht. Ich glaub daran, Leute. Ich glaub daran. Puh, wir haben's fast. Wir haben's fast. Noch einen Sturzangriff, wenn wir da noch hochkommen. Aber jetzt sollte er uns ja eigentlich nichts mehr anhaben können. Und markiert. Fuck, ich vollidiot. Okay, da hab ich grad hart reingeschissen. Wir gehen einfach noch mal hoch. Wir gehen noch mal hoch, wir gehen noch mal hoch, 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 hoch. Oh, scheiße, das hat Schatten gekostet. Mach eine, mach eine, mach eine, mach eine, mach eine, mach eine, mach eine. Okay. Zur Sicherheit noch mal einen Trank. Oh, was? Oh Gott, ich bin so ein Opfer. Ich bin so ein Opfer, 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 ich bin so ein Opfer. Renn, 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 renn. Nein. Das war nicht so fertig. Okay, drank, drank, drank. Nein. Das war so knapp. Aber... Ich glaube, ich habe zweimal den Sprung verkackt. Hätte ich das hingekriegt, dann hätte ich das auch gewonnen. Also, so schwer ist es gar nicht. Also, ich habe es für schwere gehalten, als es ist. Ich glaube, das... Ihr wollt mich verarschen, oder? Das Schwierigste an diesem Spiel ist jetzt, nach meiner Erfahrung, nicht die Bosse zu bekämpfen. Auch wenn ich auch keinen bekämpft habe, aber das war halt knapp. Das kriege ich schon noch hin. Das Schwierigste war für mich eigentlich, hier zurecht zu kommen. Weil du einfach null Informationen bekommst, wo du überhaupt lang die Lümmel dort... Haha, seht ihr das Schild? Ich kenne dich durch die Tür. Das heißt, wenn er mich jetzt zum Beispiel auf diese Treppe drücken würde, könnten die Typen mich von hinten vielleicht noch angreifen. Das wäre echt belastend. Ja, ja, genau. Gegen die Mobs habe ich es schon richtig drauf, ja. Vielleicht unterschätze ich sie ein wenig. Warum bin ich auf einmal so schwer? Das war vorher nicht so... Wait, das ist einfach nicht so schwer. Alter. Seit wann bin ich bitte so... Ach so, weil ich beide... Okay, ich verstehe. Ich hatte beide Speere ausgewählt, deshalb war ich so langsam demnach so schwer. Okay. Es läuft gerade viel schief. Tschüss, 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 tschüss. Und jetzt sollen wir das ganz entspannt, ganz gechillt lösen. Entspannter geht einfach nicht. Lalalalala. Wow, bin ich entspannt. Und jetzt gebe ich ihm heftig in die Fresse. Und nochmal. Und am besten nochmal. So, und dann verpisse ich mich. Tschüss. Das hat wehgetan, aber nicht allzu heftig. So. Dann entmarkiere ich ihn. Und jetzt kriege ich nochmal hart auf die Fresse. Aber das ist okay, weil da oben kann ich mich schnell heilen. Bitte gebe mir nicht nochmal auf die Fresse. Dankeschön. So, dann heile ich mich. Markiere ihn. Und gebe ihm nochmal heftig auf die Fresse. Was? Was ist gerade passiert? Was zum Fick ist gerade passiert? Oh, scheiße. Was ist gerade passiert? Was? Och nein, das könnte nicht wahr sein. Uiuiuiuiuiuiuiui. Zwei Hände. So. Uiuiuiui. So. Uiuiuiui. Was labere ich hier? Hoch da. Ganz entspannt. Wir gewinnen den Scheiß nämlich. Wir gewinnen den Scheiß. So was von. Moin, Herbie. Und jetzt. Habe ich markiert? Ja. Nein. Nein, 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 nein. Habe ich es? Was? Oh Gott. Habe ich reingeschissen gerade. Okay, okay. Dann haben wir uns von hier. Ausweichen. Oh, scheiße. Nur, was ich markiert hatte gerade. Uns werde ich ausgewichen. So. Und dann gehen wir jetzt hier hoch. Ganz schnell, ganz schnell. Bevor angreifen. Bevor angreifen. Bitte, 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 bitte. Nein. Das Spiel macht mich krank. Ich werde es schaffen. So. Auch wenn es nur der erste Boss ist. Wir sind hier schließlich in Dark Souls. So. Halt. Der. Ja, ihr wollt mich verarschen. Okay, komm. So. So, 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 so. Weißt du. Ich habe mich jetzt eigentlich töten lassen müssen. Nur wenn ich mehr Leben habe. Wenn ich genug Bossantrieb habe. Aber ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach, weil ich an diesen. Okay, ich sterbe. Es sollte nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Es sollte einfach nicht sein. Ich nehme das ja eh auf. Also ein Tod. So ein Deathcounter. Deathcounter. Der wird auf jeden Fall noch eingeb... Bis hier, wenn es wenigstens das erste Mal wäre. Ich glaube daran, Leute. Jetzt schaffen wir es. Okay. Jetzt schaffen wir es wirklich. Jetzt schaffen wir es sowas von. Hoch, 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 hoch. Uiuiui. Nicht so rücken. Kleine. Und dann. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das hat getroffen. Und dann können wir perfekt... Oh, fuck. Ronne. Ronne. Sehr gut. Okay. Das habe ich gerade sehr gut gemacht. Okay, fuck. Jetzt nochmal. Rolle. Rolle, 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 Rolle. Und der Klinzschaden macht. Okay, fuck. Okay, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich so was von weg. Nein! Das ist hoffnungslos. Diese Situation, in der man sich zwischen seinen ekligen Fettbeinen befindet. So, da kommt der Kollege. Wir verpissen uns mal gekonnt. Musik kommt in 3, 2, 1. Ohoho, das war Timing. Und dann kommen wir ganz schnell hoch, bevor er uns irgendwie den Arsch versohlt. Markieren ihn. Und hoch. Und yes! Diese Vorwärtsdrückangriffe sind aber auch mega schwer. Für eine Move. Ja, okay. Er blockiert mich. Okay, fuck, 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 fuck. Weg, markieren. Weg, 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 weg. weg. Ich bin sowas von weg. Nein! Nein! Was mache ich falsch? Erzähl es mir. Was mache ich falsch? Was ist, wenn ich früher auf ihn losspringe, sodass er ein bisschen weiter entfernt von der Plattform ist und ich dadurch mehr Platz gewinne, um wieder an die Leiter zu kommen? Dadurch verliere ich dann wieder Schaden, aber kann das Ganze wieder auffüllen? Wie wäre das? Go for it. Jetzt kriege ich sie. Glaubt an mich. Gebt mir eure Energie. Ich werde sie brauchen. Jetzt werde ich sie nicht verkacken. Jetzt werde ich sie wirklich nicht verkacken. Markiert. Markiert, habe ich gesagt. Nein, ich habe gesagt markiert. Okay. Ich habe nicht markiert, aber ich habe trotzdem getroffen. Ich bin stolz auf mich. Okay, scheiße. Das ist jetzt eine beschissene Situation. Tschüss, 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 tschüss. Aber ich muss irgendwie zurückkehren. So, Leute. Oder ich lasse es sein. So, er hat angegriffen. Das heißt, wir können uns jetzt mal hier Händen lang rollen. Oder... Das hat wehgetan. Aber wir bewegen uns ganz schnell. Und er wird mir ganz sicher keinen Schaden zufügen, wenn ich auf der Leiter bin. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Nein! Was ist denn der gerade gemeint? Hä? Das ist ja mega returnt. So. So, bevor er zu mir kommt, komme ich zu ihm. Ich bin so ein Vollidiot. Oh, die Rolle war abgekommt. So. Mit Rolle. Die Rolle kam gut. So. So. Das war nicht allzu viel Schaden. Oh, scheiße. Jetzt ist das Ende. Okay. Hochmut kommt vor dem Fall, ha? Ich sollte es wieder mit der Leiter versuchen. Nein! Hab ich... Ach, ich bin so ein... Voll gespacken. Okay. Okay, 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 okay. Leiter macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ich versuch's jetzt hier unten. So. Rolle. Oh. Es sieht nicht allzu schlecht aus. Hey! Oh, das sah schlecht aus. Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche einen Trank. Renn, 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 doch. Renn, 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 renn. Wie du noch nie gerannt bist. Und... Trick. Na? Ja. Uh, das war nicht allzu schlecht. Jetzt rennen wir wieder zur Leiter. Weil wir schaffen das. Weil wir sind krass. War's eigentlich schneller, wenn ich dauerhaft... Wenn ich dauerhaft rolle oder wenn ich renne? Beim Rollen wäre ich ein bisschen sicherer, ne? So, darf man Tipps geben? Hm. Ich weiß nicht. Darf man Tipps geben? Brauchst du nicht, weil ich krieg das hin. So. 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 Und jetzt? Ich hab noch genug... Okay, ne, hab ich nicht. Ich kann nicht. Na, das war doch auch nicht allzu schlecht. Langsam, langsam krieg ich's raus, glaub ich. Rollen, 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 rollen. Ja. Ja, 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 ja. So. So. Oh Gott. Oh, das hat weh getan. Trink, 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 trink. Ist das ne gute Idee? Trink, trink, trink. Ich glaub, das war knapp. Okay. Hallöchen. Na? Da schwebt das Schild vor sich hin. Also, für mich ist der schon ein Boss. Ja, wenn du Sonny lobst, ist das Spiel in zwei Minuten vorbei. Da ist sie. Ich lobe dich. Geheiligt seist du, Sonne. Geheiligt. Hm. So. Das ist doch Wunderbärchen hier. Das haben wir doch wunderbar gemacht. So. Verpissen wir uns. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Nicht rollen. Ach, diese Drecksmarkierung immer. So. Dann rollen wir auf ihn zu. Oh Gott. Das war ne geile Rolle. Ach, hat so gut funktioniert. Okay. Jetzt gehen wir wieder hoch. Er wird mir jetzt nochmal einen Hit geben, glaub ich. Was? Hä? Was ist grad passiert? Was ist grad passiert? Okay, jetzt ist Cancer. Jetzt bin ich dort. Oder? Was ist grad passiert? Hat mir noch einen Hit gegeben? Davor? So. Nein! Ich hasse dieses... Dieses Vorwärtsschlagen. Das ist... Okay, damit ist der Run wieder gelaufen. Damit ist der Run auch gelaufen. Nein, 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 nein. Nicht die Hoffnung verlieren, Leute. Das müsst ihr mir sagen. Gebt mir auch Energie. Bitte. So. Jetzt sind wir uns dran. Und gehen wir den Scheiß. So. Ich warte. Und rolle. Okay. Das war komplett reingeschissen. So. Brennen wir. Brennen wir. Brennen wir. Brennen wir. Oh Gott. Jetzt gibt er mir Piss. Trank und Tochter. Trank und Tochter. Ja. Wer will den Deathcounter spielen? Das wäre echt praktisch. Sind wir auch zwar ein bisschen spät, aber das brauchen wir gar nicht, weil ich jetzt gewinne. Ja. So. So. Oh. Weg, 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 weg. So. So, 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 so. Ach, scheiße. Ich habe gar keine Tränke mehr. Okay. Die Rolle war gekonnt. Die Rolle war gekonnt. Jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hoch. Erst etwa bei Half-Life. So. So, 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 so. Wenn ich jetzt verkacke. Ja. Okay. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Wir machen es einfach wieder mit dem gleichen Prinzip. Nein. So. Es gibt echt auf die Nerven, wenn er anvisiert ist und das Movement wechselt. Rolle. Sehr gut. Und jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hoch. Leute, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Jetzt verkack ich den Sprung. Jetzt schaffen wir es. Habe ich überhaupt schon Schaden von ihm genommen? Bisschen, ne? Bisschen. Wenn er jetzt hochspringt, bin ich geliefert. Hey, ich nehme mich, Dachshig! Ja! Ja, Mann! Haha. Haha. Feels good, man. Ich habe es geschafft. Würden nicht andere Leute in diesem Haus um 10 Uhr schlafen, wäre ich jetzt ein bisschen glücklicher. Ja, Mann! Feels good, man. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz.